Hallo und willkommen auf BildnerTV. Ich bin Xyla und das ist die neueste Folge unseres Formates Digitale News, die verständliche Nachrichtensendung rund um Neuigkeiten aus der Welt der Technik. Wenn euch diese Reihe gefällt, gebt dem Video doch einen Daumen hoch und lasst uns Feedback in den Kommentaren da. Mit einem natürlich kostenlosen Abo würdet ihr uns auch gewaltig unterstützen. Und jetzt zu den Nachrichten. Das sind die aktuellsten Themen im Überblick. Schädlich oder nicht schädlich. Augenärzte beenden ein für alle Mal die ewige Diskussion über die Wirkung von Displaylicht. Neues in WhatsApp. Mit diesen Funktionen wird die App wieder mal ein bisschen besser. Dreiste Betrugsmasche. Smishing bedroht Smartphone-Nutzer. Die Anfänge einer völlig neuen Welt. Facebook plant Metaverse. Apple-Event. Das ist neu bei Apple. Schon lange wird in der Fachwelt heiß diskutiert, ob das sogenannte Blaulicht in den Bildschirmen, die uns tagtäglich umgeben, schädlich für das menschliche Auge ist. Die Mutmaßungen über mögliche Schädigungen reichen dabei von Kurzsichtigkeit bis hin zur Veränderung des Stoffwechsels. Angeblich heißt es auch immer, es mache müde oder sorge sogar für Schlafstörungen. Viele haben dabei die gute Gelegenheit erkannt, mit Blaulichtfiltern den Brillen und Kontaktlinsen Geld zu machen. In Handys gibt es für gewöhnlich außerdem die Funktion, die blauen Lichtanteile durch Sepia-Filter zu vermeiden. Doch braucht es all diese Maßnahmen wirklich? Der Verband der Augenärzte gibt Entwarnung. Nach weiterer Forschung halten es die Experten für unwahrscheinlich, dass Blaulicht tatsächlich all diese schlechten Effekte habe. Wer nachts an Schlafstörungen leide, sollte allerdings unabhängig vom Blaulicht die Bildschirmhelligkeit des Handys etwas herunterschrauben. Schon lange kennen wir die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die standardmäßig zu WhatsApp gehört. Diese wurde nun noch um eine praktische Funktion ergänzt. Denn sowohl Android- als auch iOS-Backups können nun verschlüsselt werden, damit potenzielle Cyberangreifer nicht auf den Chatverlauf oder andere Daten in den Messenger zugreifen können. Allerdings muss man diese Funktion selbst in WhatsApp aktivieren. Dies geht so. Öffnet in WhatsApp das Menü Einstellungen, tippt auf Chats, Chat-Backup und Ende-zu-Ende-verschlüsseltes Backup. Dann tippt ihr auf Weiter und folgt den Anweisungen, um ein Passwort oder einen Schlüssel zu erstellen. Schließlich tippt ihr auf Fertig. Und eine zusätzliche Erweiterung für WhatsApp wurde kürzlich angekündigt. Diese betrifft die Sprachnachrichten-Funktion der App. Es handelt sich um eine Pause-Funktion, mit der man Sprachnachrichten stoppen kann, und zwar schon bei der Aufnahme. Das heißt, fällt einem beispielsweise etwas Wichtiges nicht ein, kann man eine kurze Pause einlegen und die Nachricht kurz darauf weiter aufzeichnen. Davon profitieren sowohl die Sender als auch die Empfänger einer Nachricht. Denn mit dieser Funktion wird verhindert, dass man unnötig lange Nachrichten verschickt. Noch gibt es die Funktion nicht, doch sobald sie verfügbar ist, werden wir euch natürlich darüber informieren. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, verweist auf eine neue Betrugsmasche, die es auf Handynutzer abgesehen hat. Die Bedrohung entstand im Zusammenhang mit seit längerer Zeit laufenden Smishing-Wellen. Schon in unserer Folge der letzten Woche haben wir den Begriff Phishing genauer erklärt. Kurz zusammengefasst. Betrüger versuchen hierbei, sich über gefälschte Webseiten, E-Mails oder Kurznachrichten als vertrauenswürdige Kommunikationspartner auszugeben. Smishing ist eine Kombination aus den Begriffen SMS und Phishing und meint dabei den speziellen Fall des Phishings über SMS. Ihre führende Information sollen dabei den Empfänger zur Herausgabe seiner persönlichen Daten verleiten. Mit diesen kann dann jede Menge angestellt werden, das den Betrogenen schadet, vor allem finanziell. Bei der genannten Smishing-Attacke geht es den Betrügern darum, Zugangsdaten etwa zum Online-Banking und anderen Nutzerkonten zu ergattern. Dem Nutzer wird vorgegaukelt, eine Sprachnachricht empfangen zu haben, für die man einen Link anklicken soll. So eine Nachricht habe auch ich vor kurzem erhalten. Auch die Masche, in der es heißt, das Handy sei bereits von einem Schadprogramm betroffen, soll die Nutzer dazu verleihen, einen schädlichen Link anzuklicken. Der BSI empfiehlt als Reaktion auf so eine SMS, keine enthaltenen Links anzuklicken und keinesfalls Dateien aus unbequandter Quelle herunterzuladen. Sollte man doch so einen Link aufgerufen oder einen Trojaner sogar bereits installiert haben, so sollte man das Gerät in den Flugmodus schalten, um weiteren Datenklau zu verhindern. Außerdem sollte man Strafanzeige bei der örtlichen Polizeistelle erstatten und das Smartphone zur Beweissicherung mitnehmen. Danach sollte man das Smartphone auf Werkseinstellungen zurücksetzen, was in den Handy-Einstellungen möglich ist. Leider gehen dabei alle auf dem Handy gespeicherten und installierten Daten verloren. Der Schritt ist aber nötig, um das Schadprogramm vollständig zu entfernen und sich selbst effektiv zu schützen. Wer besonders sicher gehen möchte, kann auch, nachdem ein Link angeklickt wurde oder sogar eine schädliche Software installiert wurde, sein Online-Banking sperren lassen, bis man sich sicher ist, dass durch die Software keine sensiblen Daten gestohlen wurden. Facebook hat Großes vor. Der Megakonzern will eine Welt schaffen, in der die physikalische Realität mit erweiterter und virtueller Realität verschmilzt. Ein sogenanntes Metaverse oder auch Metaversum. Eine Idee, wie sich schon viele Science-Fiction-Autoren ausgemalt haben. Facebook sieht darin die Plattform der Zukunft. Dafür hat der Konzern angekündigt, innerhalb der nächsten fünf Jahre ganze 10.000 Arbeitsplätze in der EU zu schaffen. Doch was genau ist gemeint mit erweiterter und virtueller Realität? Erweiterte Realität wird geläufiger auch Augmented Reality genannt. Es meint eine durch Computer ermöglichte Wahrnehmung bzw. Darstellung, die Realität um virtuelle Aspekte erweitert. Bestimmte Apps erlauben es euch zum Beispiel, durch Kameras virtuelle Objekte direkt ein aktuell erfasstes Abbild der realen Welt einzuarbeiten. Ein berühmtes Beispiel ist das Handyspiel Pokémon Go, mit dem man kleine Fantasiekreaturen in der realen Welt entdecken und einfangen kann. Virtuelle Realität oder auch Virtual Reality meint dagegen eine komplett vom Computer erstellte Wirklichkeit mit Bild und häufig auch Ton. Meist wird sie über ein sogenanntes Head-Mounted Display, also grob übersetzt am Kopf angebrachtes Display übertragen. Das bekannteste Beispiel ist hier wohl die VR-Brille, mit der man alle möglichen Videospiele spielen kann. So kann man sich in idyllische Natur für einen entspannten Spaziergang begeben. Wer es etwas aufregender mag, kann auch im tiefsten Ozean einem Heil gegenübertreten. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Facebook beschreibt das geplante Metaverse als eine Reihe von virtuellen Räumen, wo man zusammen Dinge erschaffen und erkunden kann. Mit Menschen, die physisch nicht am selben Ort sind wie du. So könnte man beispielsweise miteinander in dieser Welt sozusagen ins Kino gehen oder shoppen. Facebook hat dabei angekündigt, dass es sich langfristig nicht um das Projekt eines einzelnen Unternehmens handeln soll. Vielmehr soll es eine Ansammlung virtueller Räume sein, die über verschiedene Dienste hinweg genutzt werden können. Zugang zu dieser Welt soll man über Smartphones, PCs und spezielle Brillen erhalten. Es ist klar, dass es noch lange dauern wird, bis das Projekt tatsächlich umgesetzt wird. Bis dahin bleiben wir auf jeden Fall gespannt und halten euch natürlich über interessante Entwicklungen auf dem Laufenden. Am 18. Oktober hat Apple bei einem weiteren Event seine neuesten Produkte vorgestellt. Dazu gehören zwei Hochleistungs-Typ-Systeme namens M1 Pro und M1 Max. Apple verspricht eine bessere Leistung, hochqualitative Grafik, mehr Speicher und viele weitere Verbesserungen. Außerdem hat Apple zwei komplett neu gestaltete MacBooks vorgestellt, in denen die Systeme eingesetzt werden. Im Gegensatz zu den letzten MacBooks verfügen diese unter anderem über herkömmliche Funktionstasten und den magnetischen Netzteilanschluss MagSafe. Auch die neueste Generation der drahtlosen Apple-Kopfhörer AirPods hat der Konzern vorgestellt. Diese verfügen über die meisten Funktionen der derzeitigen teuren AirPods Pro. Und hier noch ein paar spannende Schlagzeilen im Schnelldurchlauf. Engpässe an Weihnachten. Schon seit Beginn der Corona-Krise kämpfen Händler mit langen Verzögerungen und Lieferschwierigkeiten. Vor allem Geschenke aus Fernost sind zunehmend schwierig zu beschaffen. Ein riesiges Problem stellen dabei vor allem Halbleiter und Chipstar. Deshalb raten wir euch, dass ihr vor allem elektronische Weihnachtsgeschenke früher besorgt als sonst. Wer seinen Lieben zum Beispiel Spielkonsolen oder Handy schenken will, könnte sonst die Lieferung nicht rechtzeitig erhalten. Lesen wird beliebter, vor allem E-Books. Im Vergleich zu den Zahlen im Vorkrisenjahr 2019 ist Lesen beliebter geworden. Derzeit lesen 84 Prozent aller Deutschen gedruckte Bücher. 34 Prozent nutzen E-Books. Somit ist der Anteil der E-Book-Leser gestiegen. In der Pandemie schätzen viele den großen Vorteil, dass diese nicht abhängig von Lieferung und Logistik sind. Wer E-Books liest, greift dafür vor allem nach E-Readern wie Kindle, Tolino und Co. Auch das Smartphone wird gerne hierfür genutzt. Übersetzungsprogramme werden immer besser und deshalb auch beliebter. Auch das aktuelle iOS 15 überzeugt mit seinen Übersetzungsfunktionen. So kann es beispielsweise ganze Konversationen vermitteln oder sogar gesprochenen Text verständlich machen. Über die Handykamera ist außerdem mit der Funktion namens LiveText die Übersetzung von Texten in fremden Sprachen möglich. Es erkennt Text auf Bildern und ermöglicht es, ihn zu markieren, zu kopieren und weiter zu bearbeiten. Wie genau das funktioniert, könnt ihr in unserem aktuellen Video zum Thema genauer erfahren. Das Video findet ihr unten in der Beschreibung. Zum Abschluss haben wir noch zwei virale Videos aus der Tech-Welt herausgesucht, die wir euch zeigen möchten. Schreibt uns doch in die Kommentare, welches ihr besser findet. Übrigens, jeder der einen Kommentar unter einem unserer Videos hier auf BildnerTV hinterlässt, nimmt automatisch und kostenlos an der wöchentlichen Verlosung eines Buchs aus dem Bildner Verlag teil. Wir hoffen, euch hat die neue Ausgabe BildnerTV News gefallen und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und lasst uns gerne Feedback in den Kommentaren da. Bis zum nächsten Mal hier bei BildnerTV. Ciao!